Am Nachmittag des 21. März versammelte sich die Klasse 8-2 des Goethe-Gymnasiums Schwerin auf dem Schweriner Marktplatz, um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Und das in Form von Musik. Mit verschiedenen Friedensliedern und einem ukrainischen Volkslied begeisterten die Achtklässler das Publikum auf dem Markt. Die Spendeneinnahmen aus dem Konzert gehen zu 100% an das Bündnis Entwicklung hilft, das sich insbesondere für Kinder in Not einsetzt.